hey und schon geht es weiter mit der nächsten folge ich war noch ein bisschen farmen jede menge deepslate steine und so raus bekommen das war mir echt zu viel da muss ich mal daran arbeiten dass ich mir hier so ein void upgrade oder irgendwie mache dass die steine einfach verschwinden aktuell ist es so ich habe ich habe habe wieder mal diese deepslate hier mal dann umgewandelt zu den neunfachen also und dann zweimal gepresst damit ich einfach weniger platz verbrauche auch hier brauche ich noch eine lösung dann zeige ich kurz die ausbeute die smaragda habe ich jetzt schon rausgenommen und kupfer habe ich jetzt zu blöcken verarbeitet ganz anständig auf 24 also modium erze bekommen und da seht ihr alles cracktech das kenne ich ja vom cracktech spielen selber und hier ist auch noch mal so zeug dabei also das ganze safir und gedönst das ist alles cracktech und vor allem ich wusste gar nicht da gibt es netterrack und endstein habe ich jetzt auch bekommen denn ich kann ja dieses endstein ich glaube da muss ich ans end irgendwann mal gut meine werkzeuge sind ziemlich nieder das heißt ich werde jetzt erstmal das hier reparieren kurz und das andere hat noch ein wenig luft gut das in dieser folge ich habe festgestellt mein jetpack ist ausgegangen weil hier keine lava mehr drin ist ich würde mir das gerne anders zu nutze machen indem ich hier das windrad anschließe in der hoffnung es macht genauso viel energie ich stelle es jetzt einfach mal dahin die wrench wrench wie immer da vorne eigentlich weit weg das passt überhaupt nicht so und da muss ich dem dem teil sagen stoppt es nach westen und dem teil sagen alles ausschalten und ausrichtung osten warte mal westen tschuldigung westen 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 hier da kommt nix rein ausgeben annehmen genau annehmen da kommt bloß ganz wenig rein aus da kommt gar nix rein eigentlich wenn man das so sieht von oben ausgeben annehmen aus 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 unten aus westen annehmen norden aus ok entweder geht es hier nicht so richtig oder ich pass mal an dass ich das mal ab hier schließe es mal hier an dreht es mal legt die karte da rein ach so das ist keine energie drin weil ich weil er gerade ein jetpack auflädt hätte mir aber drauf schauen können genau dann mache ich das in zukunft so dann dass ich das windrad hier stehen und ich spare mir die arbeit mit der lava das baue ich zusammen ab zeitnah und heute würde ich schauen wie ich dieses alte modium also wie ich mehr finde ich brauche die beiden sachen und da würde ich mir diesen charm hier herstellen wollen all the modium side wobei ich mache es noch anders ich muss mal schauen ob es da von rf tools war das ne da gibt es doch diesen bilder mit dem wo man hier diese hacken da rein machen muss oder spitz haben ich kenne den mod habe den auch schon selber angewendet aber ich bin jetzt habe es jetzt nicht außerwendig wie denn das geht hier wo habe ich denn hier machine frame programmer node workbench das ding hat einfach nur bilder geheißen dann kann ich nämlich hier entschuldigung das war das teil genau press shift verhältnis block and query genau der kann mir jetzt alles abbauen ohne dass ich jetzt großartig stress habe das ding baue ich mir jetzt da oder habe ich den schon lass mich mal schauen nicht dass ich den schon gemacht habe dann baue ich den mal hier erstmal maschinen frame da habe ich wieder keine blaue farbe eine nur das ist ungünstig aber ich habe einen rucksack lapis dann wandle ich mir das einfach mal 32 zu farbe um mache maschinen frame ich mache mal 234 ich mache mal ein paar mehr werde ich mit sicherheit noch brauchen und dann werde ich mir diesen old ammonium nugget ich habe ja noch vier stück übrig die sind aber in meinem rucksack fünf habe ich noch übrig von dem ersten bahn den hier da zerlegt habe so und jetzt habe ich hier einen builder hm den muss ich mir schnell mal hinstellen weil ich habe das nicht mehr genau im kopf wie der funktioniert so ich brauche hier ich brauche hier ich brauche hier energie gut da muss ich ein windrad da muss ich das windrad abziehen hm das ist das eine und ähm ich glaube ich brauche hier dieses rf tools also das heißt flüssigkeiten platzieren das heißt pumpen da kommt sie schon wieder der blitz soll nicht treffen ok wann steht der shape card query this card represents and can be used the shield of bitter sneak right click ähm shape box solid ich weiß wer nicht welches ich nehmen muss also das ist ein ruderstern clearing achso dann löscht er alles dann löscht er alles in silk touch shape card seek query das heißt shape card query clearing ich glaube ich brauche ich brauche das da dazu muss ich mir erstmal eine shape card bauen dazu brauche ich wieder das und das hier ei 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 dann mache ich mir immer hier das da ne das ist doch füllen oder das mit der erde ist doch füllen aber ich brauche das da erstmal mache ich mir hier mal zwei stück und und mich nicht ich paume einfach mal die da dazu brauche ich eine spitzhacke und eine schaufel aber jetzt kann ich das teil bauen so und und ich bin mir nicht sicher aber das heißt doch ich ich nicht ich weiß nicht welches ich jetzt brauche gibt es denn da ein buch hier gibt es eine anleitung genau ich schaue mal schnell in mein buch nochmal rein ich möchte jetzt hier nicht sinnlos material da verbraten oh Mist ich fliege das soll ich nicht ähm das hole ich mir schnell mal ich lese das kurz durch bis gleich so mittlerweile ist wieder ein tag weil das ganze ein bisschen länger gedauert hat das lesen und das verstehen dahinter also ich brauche auf jeden fall so Achtung die die karte brauche ich da Clearing weil er soll ja ausräumen das heißt ja setzen ähm Clearing for Dune also ich würde diese hier herstellen wollen denn ähm ich möchte mit Glück abbauen sozusagen das heißt ich brauche diese Karte hier und vorher muss ich diese herstellen das hätte ich alles ähm ne ShapeCut Fortune ja wie mache ich denn die mit Fortune ShapeCut Query die ganz normale mit dem Boppel da oben drauf die habe ich jetzt genau ähm und dann baue ich mir die da glaube ich genau indem ich jetzt dann das hier noch bauen muss ne müsste jetzt alles da haben die Dimension Shard die habe ich doch ich habe doch Dimension abgebaut hmm da bin ich mir hundertprozentig sicher dass ich die abgebaut habe ach ne die muss ich selber herstellen ouch 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 okay das ist aber kein Problem ich brauche hier vier Stück von denen dann mache ich mir einfach die vier Stück das müsste ich schon ah ich habe kein Prismarin äh alter wie kriege ich denn jetzt Prismarin her generalised over generalised over void hmm jetzt kann ich nicht einmal mit Glück abbauen ja gut da ist dann Pech für mich ne wartet einmal wartet einmal wartet einmal Prismarin 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 ich habe doch in der Nähe der Main Kolonie hier hinten da war doch dieser große Tempel im Wasser der da ähm dann fliege ich da jetzt mal hin ich bin ja hopps was ist los ich fliege da jetzt mal hin nachdem ich geschlafen habe und würde da ja und würde da direkt mal rein fliegen Werkzeug habe ich genug ah da habe ich einen neuen Baum gepflanzt aber das ist genau das ah das sind die alten ich bin in der falschen Richtung ah Regenbogenbäume habe ich gepflanzt aber hm schauen auch nicht besser aus so das ist die Mining Dimension äh die die Mine Kolonie mit der werde ich auch definitiv irgendwann anfangen und jetzt fliege ich ja mal in die Richtung und schaue mir das mal an ob ich da nicht ein bisschen Prismarin abbauen kann das muss ja möglich sein dann würde ich hier die Map noch gleich mit schließen aber es leckt ein bisschen ah und ich habe einen Fehler noch gemacht ähm denn ich muss hier meinen Rucksack anziehen so jetzt müsste ich unter was atmen können richtig aktiviert ist ja alles genau das Problem ist bloß ähm ich habe die Monster ja da noch nicht fertig äh noch nicht erledigt da unten und ich weiß auch nicht ob ich steil genug bin die kaputt zu machen deswegen ähm fliege ich jetzt einfach mal da rein komplett beziehungsweise ja da ist schon eins ja die interessiert mich eigentlich gar nicht ich werde einfach nur ein bisschen Prismarin abbauen wenn ich steil genug für die zwei zwei drei Schläge brauche ich da okay ja Moment was misst denn du von mir was sammle ich ihn noch ein oh da kriege ich Prismarin wenn ich die töte der sieht prima ja ja ich bleibe locker hier ich bin nicht so gut wie du warte mal ich muss schauen dass ich mich unter Wasser besser bewegen kann jetzt habe ich acht Prismarin wenn ich jetzt da noch ein bisschen was abbaue ich klopfe mir einfach da mal ein bisschen was frei in der Hoffnung dass ich es dann umwandeln kann das teste ich jetzt direkt mal Prismarin ähm okay das bekomme ich indem ich die Erdkugel mitnehme bitte ich mal den Ziegel und Erdkugel dazu brauche ich Kohle und ein paar Salzstaub ein paar Salzscherbe habe ich habe ich gelootet okay könnte ich theoretisch welches herstellen deswegen ich baue mir mal von den Blöcken hier noch ein bisschen was ab normalerweise macht man es nicht ne und wenn ich dann wieder genug Platz habe was war denn das habe ich das jetzt getötet das war jetzt eine Spontanaktion von mir ich bin jetzt ganz neugierig ich gehe trotzdem mal da runter Leute weil hier unten wenn ich etwas abbaue ist das nicht so schlimm also dieser Rucksack ist natürlich schon Gold wert das muss man ehrlich sagen ich wollte eigentlich gar nichts abbauen aber wenn ich schon mal da bin und mich keiner nervt dann baue ich da auch mal schön ab in aller Ruhe das brauche ich zwar alles gar nicht aktuell aber ich möchte mal in den Tempel und da muss ich auch sagen auch im Spiel selber ich bin nie in die Tempel rein weil ich eben wie gesagt kein so ein Kämpfer bin ein Monsterjäger okay alles klar das war es glaube ich schon wieder für mich ich gehe jetzt mal zurück in meine Mine die war in die Richtung was ist denn da für ein Boot da war ich schon genau das ist der Händler und ich will jetzt nur schauen dass ich zurückkomme aber ich bin in der falschen Richtung da war ich noch gar nicht sehe ich gerade aber vielleicht hatte der diesen komischen ne der hat auch nur dieses Mondstein Portal naja ok dann begebe ich mich jetzt genau in die andere Richtung nach Osten nach Osten und werde dann hier zurückreisen da wo ist mein Dorf da kommst du schon und das Rathaus ist genau hier in der Mitte da will ich hin und ich reise mal zurück so gut jetzt kann ich das zumindest schon mal bauen hoffe ich jetzt diese vier Scherben ähm ich wollte ja Moment was wollte ich jetzt bauen lass mich kurz ähm add rf tools ich wollte diese Fortun Hacke bauen hier und dazu brauche ich vier Stück von denen so das kann ich jetzt machen alles mal wegpacken was ich nicht brauche und jetzt kann ich diese Karte machen gut shape fortune query ok und was ist jetzt der Unterschied wieso ist da nochmal Glas außen rum ok also das dann würde ich noch ein Fass bauen und zwar eins von ähm Sophie und das würde ich upgraden so so fies jetzt muss ich mal schauen ähm Fass upgrade basic to copper basic to gold basis to diamant das würde ich machen das heißt ich brauche die gold ich brauche das hier basis zu Eisen das habe ich doch schon Leute ok basis zu Eisen gut dann kann ich jetzt basis zu Eisen upgrade auf gold ok und dann auf diamant ok so dann habe ich ein Fass das kann ich auf diamant stellen ähm dann brauche ich noch einen Stromhebel achja ein Windrad kann ich noch gebrauchen hier muss ich schauen ich brauche Strom Wind r oh Gott wie heißt denn das Ding ja Windgenerator gell ist das da oben ist es ähm achso das kann ich aber das habe ich Osmium habe ich Einfallsteuerscheidkreis gleich eine Druckreduktionskammer hm ok gehen wir mal du nicht auf die Nerven was hast du denn anzubieten nix also gut ich würde jetzt das erstmal mit diesem Strom hier probieren ähm ich weiß nicht ob es mir ausreicht ich probiere jetzt einfach mal so direkt ich gehe mal da hin wie ist es nicht das Rot wahrscheinlich gibt es gerade mein Ding auf mein Server so oder mein nicht Server mein Computer ich habe mir den Bildern noch gar nicht gebaut ich bin ja so blöd habe ich mir den Bildern noch nicht gebaut naja ich bin tatsächlich noch nicht gebaut warum hä der hat doch schon gebaut ich habe doch da wo ist denn der meine vier Nuggets sind doch verschwunden habe ich es mir die Augen Leute wo ist denn mein Bild hin? achso ich bin ja blöd ne ich glaube der hat wieder hingestellt ach lege mich da an meine Herren so bin ich ne also ich komme da raus dann mache ich es einfach mal so ich stelle mir den jetzt mal hier hin ich bin zu blöd ähm ich glaube ich meine nicht fliegen hier ich muss jetzt direkt mal so anschließen so kriegt der Power der kriegt Power das ist doch schon mal prima so dann habe ich gelesen ich muss oben eine Ausgabe machen und die kann ich jetzt mit dem Diamant Upgrade einfach rechts klicken da habe ich eine große Kiste ähm einen Schalter brauche ich noch um das einzuschalten so und dann muss ich diese Shape Cut da oben rein alles klar ne ne warte mal ich muss erst mal wissen was er machen muss oder? war das Rechtsklick genau so das soll er wegschmeißen das ist in Ordnung Box Dome ok hollow solid hollow Zylinder ähm machen wir das bitte zurück auf Box wie kann ich das jetzt sehen wie wie kann ich denn da sehen was er macht ich würde jetzt ich würde sagen ich mache erstmal eine kleine eine kleine Runde ich hoffe ich mache das alles richtig wobei hier 0 ne da mach ich da mach ich einmal 32 so ich will jetzt bloß keinen Fehler machen also da muss ich auf jeden Fall ein Minus machen das weiß ich aber wie viel Minus wie viel Minus ähm also gut ich lege das jetzt mal rein das habe ich hier im Sound Support Preview Mode Disable ah ja ok das ah ah ok der geht nach oben in diesem Bereich das ist zu wenig kann ich das hier einstellen irgendwo ne ne hier kann ich es direkt einstellen pass auf ich muss dann hier auf jeden Fall auf Minus ähm ich bin auf der oh das ist jetzt gar nicht so einfach auf welcher Höhe bin ich denn Minus ich bin auf 295 deepslate geht bei 100 los dann ich weiß auch gar nicht ob der alte Modium abbaut das ist jetzt wäre für mich was Neues also ich gehe da nochmal rein ich würde sagen ich gehe mal hier auf Minus 180 so das schaut schon mal gut aus achso warte mal da ist ja meine Platte ähm ok da sehe ich jetzt nicht dass immer was abbaut oder baut er erst ab 180 ab dann gehe ich mal auf 160 und zeig mir das mal an ich grabe mich jetzt mal runter ich weiß wissen möchte ob der mir auf 160 geht weil so wie es ausschaut baut er hier noch baut er hier nichts ab oder sonst müsste ja dieses blaue Zeug kommen ne ok da ist ein Fehler drin ich kriegte schon auf die Reihe keine Panik vielleicht bin ich auch zu tief oder ich muss die Dimension größer machen oder ich muss das hier größer machen ich gehe nochmal raus mit dem Teil also Box Hallo Solid ok pass mal auf dann mache ich mal das wieder da rein ah ok jetzt Solid muss es sein dann gräbt er von hier bis 9x9 pass auf ich mache das mal aufs doppelte ich weiß halt ob meine Energie ausreicht aber ich teste das einfach mal und so weit runter muss ich gar nicht gehen 320 und 160 ja gut ich schau mal ähm ich habe ein bisschen Energie ich glaube wenn ich das Ding jetzt einschalte oh bin ich jetzt erschrocken ach der baut alles ab das will ich nicht warte 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 not and not power ok dann bin ich zu groß dann brauche ich mehr Power dann will ich das 9 mal 9 machen das lasse ich ähm void der soll das doch void wieso baut denn der das ab wieso baut denn der das ab und ich möchte ja auch nicht alles haben ähm ok erst mal Magnet ausschalten ich möchte ja nicht alles haben brauche ich einen Filter da gibt es denn hier ein Filter Filter Modul Press F1 for help Shift Shift I can make sure the block sneak right click on the Inventor ich baue mir den jetzt mal ja wie gesagt ich habe den schon ewig nicht mehr benutzt ich hoffe ich kann den bauen ok und die Energie reicht mir auf jeden Fall nicht so Filter Rechtsklick war das glaube ich und dann Ignore Damage Attacks ok da ich glaube das war das ähm und der soll mir jetzt was soll ich jetzt suchen all the modium all the modium doppelpunkt ohre ohre geht nicht ok was haben wir denn hier ok ok der hat gar keine der kann das gar nicht abbauen warte ich gebe mir nur Ohre ein Ohre 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 ok das ist auch falsch dann gebe ich ein Forge ja Ohre ähm wie war denn das war das Doppelpunkt ne war das ich kriege schon noch raus irgendwie irgendwie so war das da Forge orre all the modium kann ich mehrere anwenden jawohl ok so geht das Addtacks dann soll er mir noch Diamant suchen schau mal was es da alles gibt hier oh Cobite kann der auch machen aber das mache ich natürlich direkt mit ok dann soll er noch suchen auf jeden Fall Dimension Chart und Diamant Emeralds Emeralds kannst du auch mit suchen und jetzt aber nur noch Diamant sonst wird es zu viel ABCD ok ich probiere das jetzt so mal aus und dann stecke ich das mal da rein einfach mal shift und rechts klicken ok aber die Energie reicht niemals aus niemals ich schalte mal kurz ein ok ok der sucht aber recht schnell da passen wir es nicht ok da hast du ausgelotet was er suchen möchte und die Energie die schwindet das bringt mir nichts das bringt mir gar nichts ich brauche ich brauche einen Generator ja irgendeinen Generator Solar Solar wäre doch gut ja ich brauche ich brauche das kann ich bauen warte mal das kann ich bauen Solarmodule das kann ich alles bauen das probiere ich mal ähm wo sind wir denn in welcher Zeit ich die Folge sollte nicht zu lang werden heute wir haben 30 Minuten mhm genau ich höre jetzt auch auf nach 30 Minuten wer war das jetzt gerade der Händler wieder ähm ich versuche jetzt ein bisschen Solar herzustellen ich lege mir das dann raus damit ihr das in der nächsten Folge seht den ich brauche um Sachen abzubauen ja irgendwie Strom und mit dem Windgenerator da müsste ich mir jetzt ein anderes Gerät bauen deswegen versuche ich das jetzt mal mit Solar und vor allem ha ich bin ja ganz doof Leute ich habe ja noch was vergessen ich habe ja noch was vergessen ich muss ja ich muss ja den Junk hier noch claimen richtig ich würde jetzt mal sagen da da ist die Platte ich würde jetzt mal den hier claimen und mir kurz die Junk Grenzen anschauen das war 9 ok das reicht diese eine Junk reicht aus um das zu claimen und dann müsste der dann später arbeiten gut aber jetzt ist Feierabend ich bereite mich mal auf Solar vor weil die Windräder kann ich noch nicht machen die liefern auch zu wenig Strom und wenn die abbauen sollen bereitet natürlich viel Strom alternativ könnte ich auch Lava verwenden aber ich mache jetzt erstmal Solar wie ich es da angekündigt habe entweder das ok das ist zu viel der macht 80 und die machen 38 und die machen 38 und der Windrad macht 80 ich habe ja bereits schon bei das hier ich lege mir das mal raus und das hier lege ich mir raus und das hier Aula was braucht denn der noch und da infotierte Sachen habe ich weil das Teil habe ich mir gebaut hey wartet einmal ich kann das doch Energietablette ich kann trotzdem ein Windrad bauen einfacher Steuerscheidkreis ja Redstone da rein den habe ich doch schon oder nicht ich bin gleich verschwunden Steuerscheidre 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 ne dann habe ich in genau da habe ich 64 Stücke gemacht und jetzt sagt er mir ich soll hier ich teste das jetzt direkt aus obwohl ich ja überhaupt keine Energie nicht so blöd wie ich bin ähm ich teste das da jetzt direkt nochmal aus ich hole mir mal Lava da äh hier ich hole mir mal hier Lava ein bisschen mal vier Eimer dann lege ich die mal da rein so dann macht der Strom und jetzt hat er mir gesagt das sind ja Rezepte sogar das ist prima und ich brauche dieses das hier brauche ich ich muss Redstone hier rein und Osmium Ingott das habe ich definitiv das weiß ich genau gut dann mache ich mal sowas also ich würde sagen wir eins ähm das muss erstmal raus eins aber nicht so viel, nicht so viel ähm und Osmium jetzt hier rein das heißt der macht 170 Energie ist hm so la la vorhanden und dann macht er mir doch die grünen hoffe ich draus genau dann brauche ich mir ganz einfach noch zwei so Windräder da brauche ich ja bloß zwei Stück und von denen ja dann mache ich mal ich mache mir zwei Windräder noch und lasse jetzt den Rest mal so durchbraten außer einen Stein na komm her so ich baue mir jetzt in dieser Folge noch erstmal zwei so Tabletts ich mache vier eins, zwei eins kann ich noch bauen einmal weg das weg das weg das weg das weg das das und das so so und jetzt müsste ich doch dann hier mir zwei Windräder bauen können eins, zwei tatsächlich so ähm jetzt brauche ich noch Kabel Stromkabel funktionieren die das teste ich jetzt mal aus ähm indem ich die Windräder wieviel Abstand brauchen die die brauchen ich glaube so ne ja es schaut gut aus ähm dann muss ich hier Strom anschließen ich hoffe mir fliegt jetzt nix in die Luft der Hebel muss da natürlich woanders hin der muss dann unten ran ach so jetzt habe ich noch angeschalten das ist blöd warte mal kommt der Strom jetzt hier schon rein oder nicht ähm ich glaube nicht oder wenn ich jetzt das da hinten ich brauche eine Wrench die Wrench habe ich da ich schließe das hinten mal kurz ab ok hier kommt nix das habe ich mir schon gedacht das heißt ich muss hier rein auch nicht also dann muss ich das hier hier trennen oh das war schlecht das sollte er nicht machen ich habe es nicht so meinen Strom Leute also gut das Windrad liefert grad keinen Strom dann frage ich mich geht der Strom hier rein überhaupt muss ich das hier da so machen jawohl ok das funktioniert dann mache ich dasselbe da hinten auch ich muss einmal shift ach Mensch nicht abbauen immer shift recht klicks auf Stromkabel dann geht es richtig schnell und hier hinten soll er auch nochmal ran an den Mann ja doch so läuft es ziemlich flott vielleicht könnte ich noch eins oder zwei mehr bauen ok ok ich habe grad zum Fenster rausgeschaut sorry ich lasse ihn jetzt mal auf 100.000 Cent oder eine Million wie willst du das 1 2 3 4 5 6 7 auf eine Million hoch einfach nur um zu schauen was passiert wenn er jetzt abbaut bzw ich mache das jetzt direkt und dann sehe ich ja ne es geht runter das reicht nach wie vor nicht aus ne der Strom der verbraucht zu viel Strom dann würde ich mal sagen ich stoppe das mal erst und sage dem der soll nicht zu tief gehen sondern nur ich bin jetzt auf 250 die Dimension ist glaube ich zu groß die Dimension ist zu groß ich mache mal 128 jetzt halte ich das raus und lege es nochmal rein und schalte ein ne der verliert trotzdem ne gut ein bisschen Diamanten hat er gefunden aber der Strom reicht nicht aus ich muss das jetzt so konfigurieren dass mir der Strom ausreicht jetzt probiere ich es mal mit 64 raus rein und anscheiden ok der meint jetzt grob durch ne die Höhen da oben Level Y 100 achso der geht jetzt bis 160 runter schätze ich mal wenn ich jetzt oben drauf schaue also warte mal wenn ich das mal schnell ausschalte da STRG und hier drauf schaue dann steht hier also hier oben jetzt ist er auf Level 61 so aber der frisst nach wie vor Strom ohne Ende wie kann ich das eigentlich messen wie kann ich das eigentlich sehen wie viel Strom hier rauskommt ja jetzt steigt er ah jetzt steigt er der hat gerade gesucht und da oben steht jetzt 4Tune Query das heißt der Strom reicht auf jeden Fall aus hat er auch schon Diamanten gefunden ich würde direkt einmal hier kurz beobachten wie viel er noch findet aber der hat ja keine Netterreitspitze wir werden ja alte Modium abbauen das würde er nicht schaffen ok der verbraucht also nur am Anfang recht viel dann erweitere ich das jetzt trotzdem auf 128 raus rein ja bleibt trotzdem noch beim Strom das Maragd wäre gefunden ok ich mach das trotzdem ich mach das jetzt nochmal größer ich will es einfach wissen wie weit ich gehen kann bis er mir sagt ne jetzt ist Schluss Junge mein Strom bleibt gleich das ist gut der soll mir nach diesen Ärzten suchen gut also das ist geclaimt das ist geclaimt dann würde ich sagen machen wir da mal zu ne das ist das falsche Loch ok ist egal Magnet einschalten dann gehts so das muss ich offen lassen wenn ich den Ein- und Ausschalter ran habe ach so kann ich das kann ich auch so sehen ähm ich stoppe den jetzt trotzdem nochmal und sage ihm noch der soll nochmal nach Gold mitsuchen ähm das war jetzt wie war das jetzt Ohre halt rechtsklick Addtags Forge ach Leute Addtags wieso stören denn die hier Forge Doppelpunkt Ohre ok so dann soll er mir noch was habe ich noch ein bisschen hier Kohlekupfer könnte mitmachen Gold soll er mir noch mitmachen ich schaue nun aber durch was noch da ist ein bisschen Neterrit 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 Scrap ich das nehme ich jetzt direkt einmal oh das ist antik das finde ich hier niemals Junge niemals niemals ha das kenne ich als Prosperry kann ich hier auch suchen ok ok pass mal auf Prosperry brauche ich hier Haufen ähm dann würde ich sagen wieso sind da zwei verschiedene ich nehme mal das und dann würde ich auch noch Inferium nehmen abc defg inferium so halt esc drücken und reinlegen und einschalten so jetzt geht die Energie wahrscheinlich wieder runter weil ich jetzt hier alle Chunks durchschauen muss ne die Energie bleibt gleich gut geklämt ist es nochmal überprüfen genau so ich gehe jetzt mal meine Wege hier und würde sagen das war es in der Folge Leute ich bin recht weit gekommen ich kümmere mich jetzt um Solar brauche ich eigentlich gar nicht aber ich könnte mit euch noch claimen wir haben jetzt 42 Minuten wieder zu lange eigentlich was habe ich denn da an der Seite ein Zauberbuch was habe ich da an der Seite ein Zauberbuch ähm was mache ich denn soll ich das mit euch noch claimen oder mache ich das in der nächsten Folge ich mache das in der nächsten Folge und würde dann hier versuchen da oben alles abzuarbeiten gar zum Beispiel da gibt es noch zwei Dimensionen wo ich nicht weiß wo Sache ist wie die Asse das schaut aber aus als wenn ich da wie sieht Dimensionen die Asse da weiß ich nicht wie ich reinkomme und da unten ist er bejahend beyond past the edge of the end das ist der beyond also das muss ich wahrscheinlich diese Platte dort setzen oder similar to the over nether was der ist ein Blockradio 1 zu 50 for the end also es kann sein dass ich so eine Platte im nether platzieren muss und ne wisst ihr was ich mache es einfach mal so ich lege mir den den Skeleton mal raus baue meine Mobfarm am nächsten Mal so machen wir das weil ich möchte den Vitter hier eigentlich in so einer Mobfarm machen mit dem Crusher dass ich keine Arbeit damit habe und ich bin zwar gut ausgerüstet aber naja lasst euch mal überraschen was in der nächsten Folge kommt wieder 45 Minuten lange 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 Zeit ich bin jetzt erstmal weg für heute und schaue mich noch ein bisschen an was ich beim nächsten Mal so treiben kann und vor allem ich bräuchte eine Idee was ich hier ob ich hier eine Mauer rum machen soll oder eine Glaskuppel weil ich habe jetzt diesen Bilder und dann würde ich gerne mal ich baue mal einen zweiten und mit dem zweiten würde ich dann versuchen mir irgendeinen Dom oder was zu bauen dann brauche ich das nicht alles selber machen ne so machen wir das so aber jetzt ist Feierabend Leute Tschüss